Hallo? Hallo? Niemand zu Hause? Hm. Na, warte ich eben auf die Vorspanntafel. Ach so. Na toll. Alle tot. Alles vernichtet. Ich bin der letzte Überlebende des nuklearen Infernos. Und was jetzt? Puh. Ganz schön verstrahlt, dieser atomare Holocaust. Und auch ganz schön müde. Andererseits, diese strahlen Kitzel in ganz schön rülkig. Ha ha ha. Wie lange dauert eigentlich so ein nuklearer Winter? Und wieso bin ich überhaupt noch auf Sendung? Das ist doch alles vollkommener Quatsch. Aber, was soll's. Ist schon komisch. Strahlen Schäden Lied. Ich sing mein Strahlen Schäden Lied. Strahlen Schäden Lied. Strahlen Schäden Müde muss mich hinlegen. Hey, du. Raus aus meinem Studio. Das ist mein Studio. Ja, hallo? Pizza? Noch einmal die C202. Leni. 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 Wieso hast du mich verlassen?